Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Träger, meine herzlich willkommen zum Webinar Salomons Marktausblick. Mein Name ist Stefan Salomon und wie immer von XTB präsentiert. Ihnen natürlich vorab schon mal eine erfolgreiche Woche. Schauen wir mal, was passiert heute auch mit dem EU-Gipfel. Wir bekommen heute nicht so wahnsinnig viele Impulse. Ansonsten, wir haben noch um 10 Uhr EZB-Leistungsbilanz für den Mai. Dann die Deutsche Bundesbank gibt noch ihren Monatsbericht heraus und das war es dann allerdings auch schon. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass die Berichtssaison anfängt. Heute Abend IBM, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann im Laufe der Woche natürlich auch einige weitere Daten. Der Deutsche Aktienindex ist im Moment bei der 12.100. Wir waren von der Indikation auch schon mal auf 50 Punkte höher. Das heißt, wir haben doch durchaus Widerstand hier nach oben. Goldpreis Euro hingegen stabil. Auch das wollen wir uns natürlich gleich anschauen. Ja, schon dankbar auch für Ihre guten Morgenwünsche und wenn Fragen da sind oder auch Wunschanalysen getätigt werden sollen, dann einfach hier im Fragenfeld einfach mitteilen. Dann kommen wir natürlich noch zu dem rechtlichen, das heißt also Interessenkonflikt und Haftungsausschluss, Risikohinweis ist natürlich auch zu beachten. Und ganz kurz zu meiner Person nochmal für die, die vielleicht ja mal mit neu dabei sind. Also mein Name ist Simon Salomon, Chartanalyst und mein Buch, das große Lehrbuch der Chartanalyse, letzten November veröffentlicht. Wir schauen auf die Märkte und hier haben wir noch den US-Index, den Nasdaq 100. Fangen wir heute mal von hinten an mit den US-Index an, weil der DAX dann durchaus positiv, aber was wir eben sehen bei den US-Index so ein bisschen, ja gerade im US-Index, dass wir hier so ein deutliches Berger schon gehalten hatten, Gewinn mit nahem Wohnen dann aber aufgefangen. Aber Sie sehen, dass der Markt also seitdem nicht mehr so richtig nach oben will. Wir können hier diese Aufwärtstrendlinie auch durchaus ein wenig anpassen, dass man die also etwas flacher verlaufen lässt. Wir haben immer noch eine gewisse bullische Grundtendenz, aber eben auch mit diesem Berger und Galfing und dem Unvermögen der Bohlen ja nochmals in Richtung auch des Dochtes dieser langen roten Kerze zu laufen, scheint da im Moment so ein bisschen der Deckel drauf zu sein, die auch durchaus überkaufte Schadsituation baut sich jetzt unter Umständen einfach erst einmal ab, sodass wir hier auch eine gewisse Padsituation haben. Also lange rote Kerze, Berger und Galfing, Deckel, wir haben hier aber noch eine lange grüne Kerze und einen langen Docht unterstützt. Und demzufolge könnten wir hier also erstmal noch eine Pendelbewegung innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals sehen. Und sollten wir natürlich hier doch unter das letzte Wochentief fallen mit einem Break, anschließend Break, auch dieses etwas flacher verlaufenden Aufwärtstrendkanals, dann müsste man sich hier mit Gewinnmitnahmen herumschlagen oder wären Gewinnmitnahmen zu erraten. Das bietet dann natürlich auch mal eine Short-Chance hier sozusagen auf eine kurzfristige Abwärtsbewegung zu setzen. Diese dürfte dann allerdings hier auch schon wieder, hier hatten wir ja Tops, Widerstände. Das heißt, wir haben also hier auch dann wieder eine leichte Unterstützung und wir haben dann, sollte diese Unterstützung hier geknackt werden, haben wir dann die nächste Unterstützung bei etwa 9.800 Punkten, könnten da also die Hände aufgehalten werden. Und auch beim breiten S&P 500 sieht die Sachlage so aus, dass wir hier zwar immer noch eine Range nach oben verlassen haben, demzufolge können wir also hier ein entsprechendes Kurs ableiten. Wir sehen aber auch, dass wir dann schon am nächsten, am ersten Kurs zu, nämlich diesen Tops hier, auf Widerstandtreffern nicht so richtig da herüberkommen. Und insofern muss man hier ganz einfach sagen, dass im Moment so ein bisschen der Deckel drauf ist. Das kommt eben jetzt auch auf die Berichtssaison an. Und wir sehen gerade, dass der DAX nochmals 40 Punkte, 50 Punkte nach unten verloren hat. Wir sind jetzt schon bei 12.850 Punkten. Ich schaue mal auf meinen Nachrichten-Ticker, sehe ich jetzt im ersten Blick noch nichts. Aber das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die EU-Geschichte jetzt an. Also Röttgen kritisiert Haltung von Verhandlungspartnern etc. Da scheint also im Moment auch der Deckel drauf zu sein. Und wenn wir uns hier die Stundenkerzen beim S&P 500 anschauen, dann haben wir hier auch vorhin eine Situation, dass wir so nicht so richtig nach oben wollten. Jetzt in der letzten Woche, im Moment testen wir jetzt hier nochmal eine Unterstützungszone. Hier wäre grundsätzlich auf Kaufsignale zu achten. Also analog dann auch im Deutschen Aktienindex könnte man dann auch schauen. Das wäre vielleicht bei 12.800 jetzt nochmal die Hände versuchen aufzuhalten. Aber sollte man natürlich hier herunterfallen, dann wäre der Weg eher nach unten durchaus möglich. Und dann blicken wir noch auf den Dow Jones. Und auch da muss man sehen, wir sind hier an den Tageskerzen ja erstmal so seitwärts aus diesem Aufwärtstrand herausgelaufen. Dann aus einem Dreid nach oben ausgebrochen. Das war erstmal grundsätzlich positiv. Erstes Ziel haben wir dann hier auch erreicht, nämlich die obere Begrenzung einer langen schwarzen Kerze. Stellt also auch immer ein sehr wesentliches Widerstandsniveau dar. Da konnte man dann auch zumindest mal Teilgewinne mitnehmen. Aber mittlerweile wäre man dann also auch mehr oder weniger hier ausgestoppt. Und wir sehen eben, dass das so verhungert, dass hier keine Anschlussgräufe stattfinden. Und das spricht auch eher dafür, dass der Deckel erstmal drauf ist. Dass die Marktheilen ja mal hier auf die Berichtssaison warten. Dass wir hier durchaus auch mal aufgrund der Berichtssaison volatile Bewegungen sehen können. Aber im Moment eben den Markt hier nach oben ein wenig schwerer hat. Und da kommen wir dann hier auch zum Deutschen Aktienindex. Wir sehen also hier auch in den Wochenkerzen zum Beispiel, dass wir also hier am Top bzw. im Bereich 12,59 knapp 13.000 Punkte. Erstmal Widerstand treffen. Der Markt sich hier so ein bisschen nach oben gerobbt ist. Nach oben sozusagen gehangelt hat. Aber hier gerade in den letzten beiden Wochen, dass dann Kraft und Schmack es gefehlt hat. Dass man also sagen könnte, oh, da ist aber jetzt noch viel Power vorhanden. Und demzufolge müssen wir da rüber. Soweit also einmal ein kurzer Blick auf die Wochenkerzen. Auf der anderen Seite, um das noch zu vervollständigen. Also wir haben hier auch eine sehr starke Unterstützung natürlich. Und wenn wir uns die Monatskerzen anschauen, dann haben wir immer noch die Chance. Das heißt also, wir haben durchaus noch die Chance, im übergeordneten Bild hier auch weiter nach oben anzusteigen. Die Frage ist ja, muss man sich auch immer stellen, also der Markt ist ja grundsätzlich stabil. Auch die US-Märkte sind ja noch stabil. Auch wenn da im Moment ein bisschen die Luft scheinbar raus ist. Aber es kommt auch kein deutlicher Verkaufsdruck hinein. So und wenn ein Markt eigentlich stabil ist, wo man eigentlich erwarten könnte, dass er doch mal fällt. Also wir haben in den USA am Wochenende über 70.000, 77.000 neue Corona-Infektionen gehabt. Die Präsidentenwahl im November steht, zumindest Trump steht so ein bisschen auf der Kippe. Da haben wir einen Stimmungsumschwung. Das wäre eigentlich alles gut, um die Märkte zu verunsichern, um auch wieder deutliche Verluste zu sehen. Aber nein, der Markt ist stabil. Und demzufolge kann man dann sagen, okay, was passiert eigentlich, wenn diese hohen Fallzahlen wieder deutlich zurückgehen? Also würde auf 30.000, 20.000 neue Infektionen pro Tag fallen. Dann könnte das unter Umständen sogar positiv für die Märkte gewertet werden, dass man also das Schlimmste jetzt überstanden hat und wir dann weiter nach oben ansteigen. Also wir sehen hier auch im DAX, dass wir kurz vor der 13.000er Marke hier ein gewisses Widerstandsniveau aufgebaut haben. Ein Sprung hier drüber wäre dann grundsätzlich positiv, sodass man hier von der Trendanalyse auch durchaus sagen kann, okay, nach einer kleinen Pause und Break nach oben haben wir hier die Chance, an die Oberkante des Trendkanals zu laufen und ja, wirklich negativ würde es eigentlich werden. Also kurzfristig zumindest mal negativ, wenn wir hier zum Beispiel unter die 12.800, 12.770 runterfallen würden, dann müsste man hier mit etwas stärkeren Gewinnmitnahmen rechnen, aber das ist im Moment hier noch nicht so wirklich prognostizierbar. Wir haben eine kleine Seitwärtsbewegung im CETRADAX selbst, haben wir hier nicht drei kleine grüne Kerzen oder weiße Kerzen, positive Kerzen, sondern wir haben ja auch Dusis, haben so eine Art TriStar, könnte man das hier auch bezeichnen als ein potenzielles Trendwendemuster, aber solche Trendwendemuster müssen eben auch bestätigt werden durch eine möglichst längere negative Kerze. Dann könnte man hier also durchaus mal einen Stimmungsumschwung sehen, dass wir hier wieder Richtung 12.400 zum Beispiel zurückkommen würden. Aber blicken wir hier nochmal auf die Stundenkerzen, wir sehen also auch hier aktuell so ein bisschen Range Trading, das heißt also wir hatten in den letzten Tagen ja hier Widerstand, nochmal Widerstand im Bereich der 12.800 Punkte und Polaritätswechsel, also aus Widerstand wird dann Unterstützung, wir haben also jetzt hier eine gewisse Unterstützungzone. So und jetzt wird es natürlich jetzt aktuell sehr interessant, ob wir hier auch die 12.800 und damit so einen kurzen Aufwärtstrend hier in den Stundenkerzen knacken, also wir können hier aber auch Folgendes machen, dass wir diesen Trend, hier einen Trendkanal sozusagen daraus basteln, so und wenn dieser Trendkanal natürlich jetzt nach unten verlassen wird, dann hätten wir sehr kurzfristig Ziel, so um die 12.700 und man könnte dann noch die Schwankungsbreite der Range nach oben abziehen, nach unten abtragen natürlich, wenn wir also noch ein bisschen weiter runterkommen, so dass wir also in Gefahr laufen würden, sogar hier in Richtung 12.550, 12.500 wieder zu landen, wenn eben hier diese Marken geknackt werden. Aber vom aktuellen Bild muss man ganz einfach sagen, okay, wir sind bei der 12.800, hier müsste man eher auf aktuell auf Kaufsignale achten, also wer jetzt den Abmarsch nach unten, vielleicht gerade mitgenommen hat, schaut nicht darauf, dass wir hier, ja, schaut im Moment im Prinzip darauf, dass wir hier eventuell nochmal ein Kaufsignal bekommen, kann sich aber hier nochmal ein bisschen zurücklehnen, also in den 5-Minuten-Kerzen haben wir jetzt einen kleinen Hammer, nicht ganz so ausnahmekräftig, weil hier kein wirklicher Abwärtstrend vorliegt, aber Hammer, lange Lunte in Verbindung mit Unterstützung, ist das wieder durchaus positiv, aber interessant wäre es jetzt, wenn wir hier so eine leichte Erholungsstabilisierung bekommen und wir dann nochmal zurückkommen, das Hammertief nochmal testen und von dort aus dann uns wieder nach oben rocken, auch über den mittleren Bereich dieser längeren 5-Minuten-Kerze, also mittlerer Bereich, kann man natürlich auch bis auf die Nachbremsstelle ausrechnen, aber man kann auch sagen, Pi mal Daumen, wenn wir also über die 12.880, 12.890 wieder ansteigen, hätten wir die Chance im Prinzip, dass wir diese Unterstützung auch erfolgreich getestet haben und dass wir dann hier auch wieder an die vorbörslichen Niveaus kommen. Also im Moment, ein Hammer alleine macht noch keine Trendwende, macht eine Schweine, macht auch noch keinen Sohn, darf man also nochmal schauen, ob nicht das Tief nochmals getestet wird und darunter würde sich die Schadsituation dann nochmals, wie hier in den Stundenkerzen ja dargestellt, dann nochmals kurzfristig eintrüben. Soweit zum Markt nach oben, muss man sagen, okay, also sollten wir jetzt hier in der Erholung starten und wieder hier in diesen Bereich kommen, dann wäre es eher sinnvoll, wenn man dann hier in diesem Niveau bei 12.950, 60 auch durchaus mal wieder Teilgewinne mitnimmt. Wir haben eben Berichtssaison, wir haben einige Unwägbarkeiten und demzufolge ist noch ein bisschen fraglich, ob wir hier tatsächlich nach oben durchstarten. Da sollten wir natürlich nach oben durchstarten, dann ist einerseits haben wir hier zwei Kursziele, nämlich einmal, dass wir hier die Schwankungsbreite der Range letztendlich nach oben abtragen können und dann wäre das nächste Kursziel die Oberkante dieses Aufwärtstrendkanals an den Stundenkerzen, sofern dieser Trend dann auch nochmals bestätigt werden würde und natürlich auch intakt ist. So, dann kommen wir zum Rohstoffmarkt. Wir haben den Goldpreis und den Ölpreis. Ölpreis ein bisschen schwächelt, aber wir schauen erst mal auf den Goldpreis. Also hier nochmal die Monatskerzen. Wir sind im Gold, im Fahrplan. Das heißt, wir haben hier einen Aufwärtstrend nach oben verlassen. Wir haben hier Dochte nach oben verlassen in den Monatskerzen. Tageskerzen grundsätzlich also Chance, dass wir hier auch über die 2000er-Marke laufen und demzufolge heißt das ganz einfach, dass man dann in den kursfristigen Zeitebenen versucht, die Rücksetzer zu kaufen oder eben die Kaufsignale in den Tageskerzen favorisiert. Also nicht versucht hier den Goldpreis zu shorten, sondern versucht eher Positionen aufzubauen. Gerade jetzt so die letzten Tage, also die letzten zwei, drei Wochen nach Ausbruch aus dieser Range war jetzt nicht unbedingt einfach. Hier brauchte man auch ein bisschen Geduld. Wir haben kleine Kerzen, dann hatten wir mal hier drei grüne Kerzen. Jetzt haben wir wieder eine neue Range sozusagen. Also die Goldbullen hier nicht gerade überschwänglich mit Kauforders, aber der Goldpreis ist stabil und er bewegt sich sozusagen sukzessive aufwärts. Insofern haben wir noch die Chance, das Kursziel aus der Range hier nach oben zu erreichen. Das heißt also, das ist natürlich jetzt nicht mehr das große Kurspotenzial, um hier Haus und Hof zu verwenden, zumindest von dem Ausbruch aus der Range. Aber wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, dass wir hier an die Oberkante des Trendkanals laufen. Und was man natürlich jetzt neu machen kann, ist, dass man jetzt die letzten Tage in so eine sehr kurzfristige Range einfasst. Das kann man dann natürlich hier auch in den Stundenkerzen machen. Das heißt, sollte diese Range jetzt nach oben verlassen werden, wäre das grundsätzlich positiv. Ein kleines Warnsignal haben wir, dass wir hier also einen Aufwärtstrend in den Stundenkerzen jetzt, je nachdem, wie man den konstruiert, seitwärts verlassen oder zumindest testen. Schauen wir einfach mal. Wir blicken aber hier nochmal auf das Detail in den Stundenkerzen. Und da sehen wir, dass wir also im Moment so einen kurzen Abwärtstrend ausgebildet haben, also alternativ zu den horizontalen Marken. Interessant ist jetzt eigentlich vom sehr, sehr kurzfristigen Bild, dass wir also hier eine Konsolidierung in den Stundenkerzen verlassen haben. Leichte Rücksetzer ändern hier noch nichts an der Sporce. Das war also zumindest die Oberkante des Trendkanals als auch die Range hier nochmal zu testen. Und innerhalb der Range würde es jetzt wieder negativ werden, wenn wir unter die 1804 laufen. Das war auch in den letzten Tagen hier nochmal zum Beispiel eine Marke. Also hier hatten wir zum Beispiel eine sehr schöne Unterstützung innerhalb der Range. Sind hier heruntergefallen. Unterstützung ist nochmals gekauft worden. Hier auch so fast wie so eine kleine W-Formation in diesem Bereich. Nicht ganz so eindeutig. Aber Sie sehen halt, Unterstützung ist gekauft worden. Wieder lange grüne Kerzen. Und jetzt wäre es eher davon auszugehen, dass wir halt hier noch umlaufen. Und es sei denn, wir fallen hier unter die 1804 in diesem Bereich. Dann würde sich das Bild hier kurzfristig wieder etwas eintrüben. So, dann die Ölpreise. Da passiert oder passierte jetzt in den letzten Tagen nicht mehr ganz so wahnsinnig viel. Wir sehen hier einen Ausbruch aus einem Abwärtstrend. Dann haben wir so eine kleine Range. Dann wieder eine kleine Range. Und jetzt haben wir im Prinzip eine neue Range mit Widerstand 43. Ein paar zerquetschte 44 Dollar. Unterstützung 38, 39 Dollar. Wir haben hier noch keinen Ausbruch. Das heißt, wir haben aber auch noch keinen Verkaufsdruck. Das heißt also, wenn wir hier diese Bandbreite, diese Range nehmen und nach oben abtragen, könnten wir hier durchaus in Richtung 49, 50 Dollar laufen. Wenn wir also hier nach oben ausbrechen. Da fehlt im Moment ganz einfach die Impulse. Impuls, aber wie schon erwähnt, also sollten wir deutlich fallende Corona-Infektionszahlen in den USA bekommen. Dann wäre das unter Umständen der Impuls, dass hier also eine gewisse Hoffnung dann da ist. Und wir hier nach oben durchstarten. Eher leicht negativ wäre es, wenn wir unter die 41 Dollar fallen, dann müssten wir eigentlich hier die Zone um 39, 38 Dollar nochmal testen. Aber da lässt sich im Moment keine wirklich sinnvolle Prognose zumindest geben. Also müssen wir abwarten, wie der Markt sich hier weiter zeigt. Dann kommen wir zum Devisenmarkt. Wir schauen erst einmal auf den Dollar-Index. Der Dollar-Index hatte ich in der letzten Woche gesagt, okay, wir sind hier aus einer Range nach unten gefallen. Wir haben zwar hier auch mal eine grüne Kerze gesehen oder hier eine gewisse Unterstützung, aber solange dieser kurzfristige Abwärtstrend intakt ist, muss man solche Erholungen eher auf Verkaufssignale untersuchen. Man kann natürlich immer prozüglich die neuen Tiefs oder neue Ausbrüche nach unten verkaufen, aber dann hat man einen Stoppkurs relativ weit, zumindest auch in Relation zu dem Abwärtspotenzial. Stoppkurs müsste man dann setzen eigentlich über den Abwärtstrend. Über der Abwärtstrend-Linie kann man natürlich alles machen, aber wenn man natürlich dann auf Stundenbasis Erholungen hier verkauft, ist das in der Regel sinnvoller. Hier fehlt mir auch so ein bisschen Abgabedruck, aber der Trend ist im Takt. Wir haben hier eine Range nach unten verlassen. Wir haben jetzt natürlich eine Unterstützung. Grundsätzlich also weiter abwärts, es sei denn, wir knacken den Trend. Und dann kommen wir im ersten Nevisenbild zum Euro, zum US-Dollar. Und das ist nach wie vor sehr, sehr interessant, auch heute Morgen zum Beispiel zum Wochenstart. Hier nochmal die Monatskerzen. Also auch hier gilt, ähnlich wie dem Goldpreis, der Goldpreis ist natürlich aber schon deutlich weiter weggelaufen, dass man auch als kurzfristiger Trader immer so ein bisschen die Monatskerzen durchaus im Blick behalten sollte. Hier hat man eine sehr starke Unterstützung. Also kann man dann im kurzfristigen Bild auch mal auf Kaufsignale achten. Jetzt könnte man im übergeordneten Bild auch mal auf Verkaufssignale achten, aber in Verbindung mit dem Gesamtbild ist das eher so, dass wir hier die Chance auf einem Break nach oben haben. Das heißt also neue Kaufsignale jetzt aktuell im Euro zum US-Dollar, wäre eher dafür gut, dass wir eben aus dieser Range nach oben ausbrechen, dass wir an den sehr langfristigen Abwärts-Trend heranlaufen. Und man muss natürlich auch sehen, dass wir hier eine Abwärtsbewegung sozusagen hier per Monat Schlusskurs nach oben verlassen haben, der doch aus dem März mit diesem März-Crash, der deckelt, die sagen zwar noch ein wenig, aber vom Gesamtbild im Moment besteht eher die Chance, dass wir also hier nach oben ausbrechen. Also auf Kaufsignale eher grundsätzlich achten. Und da hatten wir hier in den Tageskerzen in der letzten Zeit Kaufsignale, wir sind hier aus einer Range nach oben ausgebrochen, neue Range, neues Dreieck nach oben ausgebrochen. Aktuell testen wir das Top dieses Shooting Stars. Das heißt also, sollten wir hier wieder deutlich unter die 1,14 herunterfallen, dann hätten wir hier natürlich eine Bestätigung des Widerstands. Und dann müsste man sagen, ja okay, also auch von den Monatskerzen haben wir dann im Prinzip hier die Widerstandszone sozusagen erfolgreich verteidigt. Aber wir haben hier auch in den Tageskerzen hier noch eine sehr, sehr kurzfristige Aufwärtsbewegung. Wir haben noch keinen deutlichen Verkaufsdruck, wir haben noch keine lange schwarze Kerze. Also die Chance, dass wir hier nach oben ausbrechen, ist durchaus vorhanden. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel auch noch mal in den Stundenkerzen. Hier hat man noch mal ein Dreieck, sind ein, zwei Mal nach oben ausgebrochen, haben jetzt einen Aufwärtstrend. Und solange dieser Aufwärtstrend in den Stundenkerzen enttakt ist, kann man dann auch sagen, okay, wir haben jetzt hier so einen kleinen Ausbruch, das ist im Moment ein kleiner Pullback. Und demzufolge kann man also jetzt hier im Bereich 1,1440, 1,1430 durchaus noch mal auf sehr, sehr kurzfristige Kaufsignale achtern. Also die Lage würde sich hier ein wenig eintrüben, wenn wir hier unter den mittleren Bereich der letzten langen weißen Kerze zurückkommen würden. Und vor allem natürlich hier unter das Tief dieser weißen Kerzen und damit hier unter die jüngsten Tiefs in den Stundenkerzen und damit auch dann unter die 1,14 rutschen, unter diesen Aufwärtstrend in den Stundenkerzen. Dann würde sich das also hier wieder ein Wohlgefallen auflösen. Und wir könnten hier ja noch mal leicht negative Kurse sehen. Aber vom aktuellen Bild heißt das, ist das noch ein kleiner Pullback. Also Chance nach oben überwiegt hier derzeit und demzufolge also eher auf die Kaufsignale achten. Dann haben wir natürlich noch andere schöne Devisenwerte, wie den australischen Dollar zum US-Band. Ich glaube, es ist auch gleich der Euro insgesamt im Moment und nimmt ein wenig Fahrt auf. Also hier auch zum Beispiel Euro gegenüber dem japanischen Yen läuft weiter. Hier haben wir noch mal Widerstand. Aber auch hier gilt, da man ja hier im Prinzip einen Aufwärtstrend jetzt wieder konstruieren kann mit zwei Tiefs und neun Hochs, dass wir hier im Rücksetzer grundsätzlich versuchen können, aufzufangen. Ein bisschen anders sieht es hier bei der All-Ocea-Norwegischen Krone aus zum Beispiel. Da kommt es eben darauf an, wie sich jetzt die Ölpreise verhalten. Wir haben ja immer noch die Unterkante der Range. Tief, lange grüne Kerze ist durchaus hier noch eine Unterstützung. Sollten wir hier natürlich auch nach unten fallen, dann wäre es negativ. Und ansonsten muss man jetzt hier noch abwarten, ob wir zum Beispiel hier über die jüngsten Tops wieder ansteigen. Grundsätzlich gilt natürlich Unterstützung. An Unterstützungen kann man versuchen, eben Kaufsignale zu favorisieren. Das heißt also, muss man jetzt hier einfach mal schauen, okay, kommt noch ein deutlicher Ausbruch, zum Beispiel im Euro zum US-Dollar und bleiben die Ölpreise auf dem Niveau oder kommen sogar ein wenig zurück, dann bestünde hier sogar die Chance, dass wir also hier nach oben laufen. Dann australische Dollar, US-Dollar hatte ich als Trading-Idee in der letzten Woche vorgestellt, aber Sie sehen, hat bislang nicht funktioniert. Das heißt, wir sind hier aus einem kleinen Dreieck nach oben ausgebrochen, sind wieder zurückgekommen. Das kann man noch so ein bisschen als Pull-Back durchaus betreffen. Aber was passiert, es passiert im Moment erstmal gar nichts. Wir haben natürlich nachher durchaus die Chance, hier nach oben durchzustarten, aber im Moment passiert da im Moment also wenig. Man kann dann als Trainer aus so einer Art Zeitstopp nehmen. Das heißt also, je nachdem, auf welcher Zeit eben man unterwegs ist, wenn man dann sagt, so nach drei, vier, fünf Tagen oder drei, fünf Perioden auf der Stundenbohrbasis, wenn der Trade nicht so läuft, wie man das gerne hätte, wie man das eigentlich von einem Trading-Tagebuch und seiner Statistik erwarten könnte, dann muss man einfach sagen, okay, dieser Ausbau aus dem Dreieck hier, das läuft jetzt so langsam wie sowieso seitwärts in die Spitze hinein. Das entspricht nicht mehr meinem Regelwerk, dass eben der Ausbruch innerhalb von drei, vier Perioden erfolgen dann muss und dann versucht man hier plus, minus, null wieder rauszukommen oder mit einem kleinen Verlust vielleicht, bevor man das Risiko eingeht, dass das Ganze hier wieder nach unten abknickt und das Ganze hier auch im neuseeländischen Dollar, hier haben wir auch eine Range, um die Schulzeit Solutionsき und das Ganze hier auch in den letzten Jahren Channel noite. Also, und hier kann man keine Frage, warum man hier, also, auch die Jünger ist, wenn man die Frage ist, ... weil wir hier eher mit weiteren Gewinnmitnahmen rechnen müssten. So richtig sehen Sie hier auch, also diese Ausbruchsbewegung weitert im Moment. Chancen nach oben ist durchaus noch machbar, weil eben auch kein Verkaufsdruck vorliegt. Aber diese Phase der Unsicherheit kann sich eben auch durchaus nach unten hier durchsetzen. US-Dollar, Kanadisch-Dollar, auch eine Range, also keine große Änderung. Abwarten, was hier passiert. Ausbau aus der Range wäre dann ein entsprechendes Signal. Auch hier im US-Dollar zum japanischen Yen, muss ich sagen, ist das Potenzial nicht ganz so eindeutig. Das heißt, wir haben hier auch so eine kleine Range jetzt aktuell über die letzten Tage. Ein Ausbruch wäre natürlich interessant, aber würde dann zum Beispiel hier schon wieder gestoppt werden dürfen. Oder wenn wir aus der Range nach unten herausfallen, dann haben wir halt hier die nächste Unterstützung. Also, ob dann die gesamte Bandbreite dieser Range als Kurs nach oben oder nach unten erzielt wird, sei mal dahingestellt. Insofern sollten wir also hier nach oben ausbrechen, kann man auch schauen, dass man auf alle Fälle Teilgewinne hier zum Beispiel in dieser Widerstandszone aktiv mitnimmt. Und genauso, wenn wir nach unten fallen sollten, dann kann man sich hier an der Unterstützung aktiv zumindest Teilgewinne dann mitnehmen. Ist in der Regel durchaus immer sinnvoll, um aktiv Teilgewinne mitzunehmen, als halt immer nur sich ausstoppen zu lassen oder halt irgendwie einen Stoppkurs immer nachzuziehen. Wenn man dann gerade mit Teilgewinnen mitnehmen, hier auch mal das Depot durchaus mal nach vorne bringen kann. Hier ist auch so ein bisschen eine abwartende Haltung im britischen Fund zum US-Dollar. Man müsste ja eher davon ausgehen, dass das britische Fund weiter wieder zurückkommt. Aber wir haben jüngste Inflationsdaten, die stützen jetzt wiederum das britische Fund. Da bin ich aber nach wie vor etwas skeptisch, ob das britische Fund nicht wieder deutlicher zurückkommt hinsichtlich Brexit auch zum Jahresende. Aber scheinbar ist das im Moment nicht so groß das Thema im Markt. Also handeln, was wir sehen und wir sehen im Moment hier eine gewisse stabile Verfassung. Das heißt, sollten wir hier wieder unter die 1,24, hat zerquetschte 1,24,50 zurückkommen. Dann müsste man eher davon ausgehen, dass wir innerhalb der Range noch mal ein wenig zurückkommen. Entsprechend der Schwankungsbreite dieser sehr, sehr kurzfristigen Range der letzten Tage hier. Können wir dann einen Kurs nach oben oder unten basteln, wenn wir also hier einen Ausbruch bekommen. Dann der südafrikanische Rand, also auch stabil. Wir sind aber hier im Abwärtstrend. Wir haben zwar hier auch ein, kann man auch durchaus sagen, ein Bullish-Signal, also eine gewisse Unterstützung hier ist noch mal bestätigt worden. Aber der Abwärtstrend ist intakt. Also müsste man hier schauen, dass man eher die Erholungen auf Verkaufssignale untersucht. Aber sollte dieser Trend geknackt werden, hätten wir wieder eine entsprechende Aufwärtsbewegung durchaus zu erwarten. Und türkische Lira schläft im Moment gerade ein. Muss ich sagen, handele ich nicht so gerne, weil da immer mal wieder so kurzfristige manipulative Bewegungen passieren können. Also wenn dann so ein Ausbruch noch oben erfolgt, ist dann wieder relativ schnell, dass es wieder abverkauft wird. Hier hat die türkische Notenbank auch durchaus dann entsprechende Unterstützung. Gerüchteweise aus Saudi-Arabien, beziehungsweise aus den arabischen Ländern oder auch aus China. Aber wenn wir uns den Chart hier anschauen, also da machen Sie mir aber bitte eine Prognose, wohin das geht. Man kann natürlich jetzt auf Stundenbasis das sehr, sehr kurzfristig halten und sagen, okay, also wenn wir hier aus dieser engen Range, die wir momentan nach oben oder unten ausbrechen, dann kriegen wir da ein sehr, sehr kurzfristiges Signal. Aber das war es dann auch erst einmal. So, soweit zum Devisenmarkt. Wir kommen noch kurz zum Bitcoin an. Also Euro, US-Dollar habe ich schon gemacht, aber schauen wir uns gleich nochmal zum Ende des Seminars an. Da ist ein Seminarteilnehmer, der da nochmal gerne eine Frage dazu hatte. Und wir schauen uns jetzt hier nochmal den Bitcoin an. Also Bitcoin, auch so eine Sache, Sie sehen den Abwärtstrend, den habe ich hier nochmal zurückgefahren. Also wir sind aus diesem Abwärtstrend so seitwärts herausgelaufen, ohne dass sich irgendetwas sich wirklich bewegt hat. Wir haben ja eine neue Range. So, dass wir mit der So, 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 Vielen Dank. Aber das war es hier auch. Also im Moment keine wirkliche Handelsnotwendigkeit. So, dann der deutsche Aktienindex bewegt sich also knapp über der 12.800, 12.825 haben wir. Das heißt, das Hammer-Tief haben wir hier nochmal getestet. Kommen wir hier nochmal zum deutschen Aktienindex. Hier Stundenkerzen. Also hier ist noch keine klare Ablösung von Unterstützung zu sehen. Wir schauen uns das Ganze nochmal hier auf 5 Minuten Basis an. Das heißt, dieser kleine Hammer, den wir also jetzt hier zum Anfang des Seminars gesehen haben, ist jetzt durchaus nochmals getestet worden, aber noch nicht erfolgreich. Das heißt, wir haben hier zwar jetzt ein kleines Piercing-Pattern, also lange grüne Kerze, lange rote Kerze und Entschuldigung, die lange rote Kerze nach einer Abwärtsbewegung ist natürlich erstmal negativ, auch mit einem 5 Minuten Schlusskurs unter dem Hammer tief. Damit ist also der Hammer als Unterstützung nicht bestätigt worden. Wir haben jetzt eine grüne Kerze, die knapp über die Mitte dieser roten Kerze läuft. Also haben wir hier ein Piercing-Pattern und demzufolge warten wir jetzt nochmal hier so ein bisschen ab. Hier darf man also durchaus auch gerade auf 5 Minuten Basis nochmal einen dritten oder sogar vierten Test dieser Unterstützung abwarten, bevor man dann sagt, okay, das ist jetzt erfolgreich und wir laufen wieder aufwärts. Sollten wir also jetzt hier natürlich unter die jüngsten Tiefs rutschen, dann hätten wir durchaus die Möglichkeit, dass wir die 12.800 hinter uns lassen und hier nochmal ein paar Punkte verlieren. Erstes Ziel wäre dann so 12,67, 12,57 und darunter würde es dann weiter negativ werden. Soweit nochmal ganz kurz zum deutschen Aktienindex. Wir schauen jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss auf den Devisenmarkt und hier auf den Euro zum US-Dollar. Und also Euro, US-Dollar nach wie vor positiv. Ganz kurze Zusammenfassung, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben hier die langfristigen Zeitenden Chance nach oben durchaus weiterhin vorhanden. Wir sind zwar im Widerstand, am Widerstand kann man grundsätzlich auf Verkaufssegnale zwar achten, aber beim Gesamtbild, auch von den bisherigen Kerzenkörperlängen etc. besteht eher die Chance, dass diese Widerstandszone jetzt nochmal getestet wird und Ausbruch nach oben grundsätzlich positiv. Wir haben hier in den Tageskerzen einen Ausbruch aus einem Dreieck. Wir sind im Aufwärtstrend. Wir sind zwar hier am Widerstand mit dem Shootingstar, aber wir sehen hier nach dem Shootingstar nur sehr kurzfristige Gewinnmitnahmen. Demzufolge also auch Chancen nach oben durchaus noch weiter vorhanden. Also für eine Short-Position würde ich jetzt hier im Moment keinen Anlass sehen. Aber das muss jeder selber wissen. Rein von der Methodik her würde sich das erst anbieten, wenn wir hier also wirklich einen Fehlausbruch nach oben bekommen und deutlich wieder zurückkommen würden. Und demzufolgen gilt also eher, dass auch zum Beispiel, solange hier dieser Aufwärtstrend in den Stundenkerzen antakt ist, wir die Chance haben, weiter nach oben zu laufen. Wir haben jetzt hier lange weiße Kerzen. Wir haben jetzt aktuell nur einen Pullback. Sollten wir natürlich hier wieder unter die 1,14, 1,13 paar Zerquetsche rutschen, unter den Aufwärtstrend, dann könnte man hier deutlichere Gewinnmitnahmen mal sehen. Aber selbst dann wäre es so, dass wenn wir also hier wieder an die nächste Unterstützung rutschen, dass man dann hier von den übergeordneten Zeitebnen durchaus nochmals auf Kaufsignale achten könnte. Meine Damen und Herren, Ihnen viel, viel Erfolg in dieser Börsenwoche. Wir hören uns am Mittwoch um 9 Uhr wieder. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und vielen Dank auch für dieses eine oder andere Feedback. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, viel Erfolg. Ihr Stoff und Salmo.